So, 100. Ich bin hier bei Dummies, aber ich kann mit dem Typen nicht reden. Ja, du musst auch jetzt einfach X drücken und dann umskillen, was du haben willst. Geht aber nicht. Doch, das geht. Dann ist es auch nicht dein Trainer. Dann gibt es noch einen weiteren. 100 Viewer. Mensch, Jungs und Mädels. 100 Viewer sollte auf jeden Fall zu schaffen sein. Warte, ich mach mal kurz auf der Webseite, du musst das auch mal ändern. Genau, jetzt haben wir mal Werbung. Ich bin euch schon richtig toll entgegengekommen. 100. 100 ist auf jeden Fall schaffbar. Ich will hier auch loswerden. Wir wollen es ja geben, wir wollen es geben. So, wieder einiges Gehen. So, die kann ich auch mal verkaufen, wach? Ah, ich muss ja auch hier. 90 nicht. Ne, ne, 100. Wir bleiben jetzt bei 100. Ey, das ist hier keine unfairen Mittel nutzen, Selian. Soll schon alles hier fair ablaufen, ne? Ich bin ja schon gewillt, hier was abzugeben. Guck mal, ich finde mein Träger nicht. Das ist doch nicht mein Problem, oder doch? Doch. Eine Kerze verkauft. Und die eine bombt, die auch schlecht war. Das Ding auch weg, komm, weg, 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 alles weg. Oh, ne Waffel kann ich kaufen. Hab ich gekauft. Wofür auch immer die Waffel ist. Ein paar Glasflaschen wieder? Ne, ne, ne. Also bei 100 bleibe ich. Wenn das jetzt nicht erreicht wird, die 100, bis wir aufhören, dann... Dann ist das halt so, dann machen wir das ein andermal. Irgendwo muss ja auch Schluss sein, ne? Ich muss ja auch da was von haben, dass ich hier Geld investiere. Okay, was hast du denn hier am Start? Du Händler. Kann carry more of this item. Bei Metall. Oh, ne blaue Great Axe. Plus 46 hat er ja im Angebot, als Formel. Yo, yo, Airsoft. Das ist ja verständlich. Bomben gekauft. Guck mal, wenn du meinen Trainer siehst, sag sofort Bescheid. Ich bin auch so ein bisschen müde. Ey. Was ist überhaupt Bescheid, wenn du meinen Trainer findest, oder? Jo. Ja. Leinen-Craft dann. Wie? Ich kann nicht mehr davon... Oi. Muss ich mal zum Schreiner, da vorne? Doch 3 Erfahrungen und ich steig auf. Verdammt. Doch 3 Erfahrungen nur. Dann muss ich mal kurz losjagen. Nein, 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 nein. 2, 1... Risiko. Da, und, da, genau! So kann ich hier noch einen... Ich kann eine Hotboa machen. Ich sag 40. Verdammt, Marc, was noch Wurde? Was noch Wurde? Viel? Hm. Sag bitte ja. Boah, dann könnte ich mir einen Bogen machen mit 20,8 Schaden anstatt 16,9. Ich habe nämlich schon ganz schön viel Power, ey. 46. Ich könnte mir genau den Bogen machen, den ich brauche. Ich brauche noch ein bisschen Wurde. Und hast du hier einen Witziger? Ja, ich war Wurde. Ich hab Wurde. Püro. Seid du drauf und los geht's. Au. 73, Jungs, guck mal. 27 noch und wir sind bei 100. Das ist auf jeden Fall schaffbar. Wenn alle diese 73 Leute jetzt bei Facebook kurz den Stream reinschreiben und sagen, hey, guckt zu, da könnt ihr Cube World euch abgreifen. Ein glücklicher... Dann sollte das auf jeden Fall zu schaffen sein. 100 Leute. Wie viel Power hast du? 40. Wieso habe ich denn 42? Ich bin Stufe 15. Weil ich Stufe 18 bin. Ja, und da steigt immer nur ein. Ja, ne, das geht dann langsamer. Scheiße. Am Anfang geht's schnell und dann langsamer. Immer langsamer. Ganniboy. Hey, ich kann chatten. Ja. Direkt eine Verwarnung gekriegt vom Nightbot. Nicht so viele Worte Buchstaben, Böterböse hast. Ganniboy. Na, bescheiden wenn du meinen Trainer siehst. 100 Zuschauer, das ist auf jeden Fall zu schaffen. Ja, sag bescheiden wenn ich den Zuschauer, deinen Trainer hier finde in der Wildnis oder was. Bin in der Wildnis unterwegs. Anderein Leben. Das sind Wölfe. Die sind mittlerweile hellblau bei mir. Kann ja raus vor so. Woodman und Icey Motion. Willkommen zurück. Holz komm schon. Oh nein, wieso denn nur diese Fasern? Ich will das Holz. Ich brauch Holz. Was passiert, wenn ich an so einen Baum eine Bombe lege? Kommt da dann Holz raus? Das wollte ich nochmal testen. Na, was sagst du im Büro, hä? Wie unlogisch ist das denn? Scheißspiel, ey. Ausma. Kacke, ey. Sofort annimmst du. Kauf das Spiel nicht. Scheißdreck. Dann ist nur ein bisschen was kaputt gegangen. Schwanchen. Angeholt Pyro. Geh Pyro. Pyro gegen Schwanchen. Pyro gegen Schwanchen. Pyro gegen Schwanchen. Pyro lehnt auf. Oh, Pyro, das war eigentlich umgehauen. Angeholt. Er hat's getötet. Ohne Energie zu verlieren. Braav. Und ich. Schwanchen. Und ich. 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 Ich sehe, dass ihr betrübt. Deception 2011 und Funboy. Willkommen. Ja, ja, die Zuschauer. Ich weiß. Ich kenne mir das schon, aber... Wenn ihr das so wollt, okay. Kionil, machst du dich schon mal bereit? Wir sind bei 90. Kionil hat jetzt die Macht. Gleich. Ein faires, ein faires, faires Giveaway. Und ihr solltet auf jeden Fall den Channel folgen. Hier, dem KupiTV Channel, Kupenheim. Folgen bei Twitch. Wenn ihr schon im Chat hier seid, folgen. Denn dann bringt das Betrügen nichts. Zumindest nicht doch ein bisschen schon. Verdammt. Verkalkulierrad. 89. Miff-Schnitte. Willkommen, Miff-Schnitte. Was für ein Nick. Hutz. Wir sind gerade extra nochmal das Handy gezündet. Und wir sind gerade extra nochmal das Handy gezündet. Und wir sind da prüffig deinen Arsch da rein. Wer? Die Leute rufen jetzt schon ihre Gruppe. Die Leute rufen an. Ey, 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 ey. Ey, Harald. Harald. Twitch. Die Faust nicht. Guckt mal rein. Komm rein, Junge. Komm rein. So geht das ab, bei euch gerade bestimmt. 89. Miff-Schnitte ist Chino. Achso. Nicht Chino. Sorry. Naku. Ach, okay. Naku-Naru. Willkommen, willkommen, Miff-Schnitte. Geiler Nick auf jeden Fall. Vielleicht sind wir bei 100. Ich möchte 100 heute sehen. 85, 84. Wir sehen können, wir sehen können. So kurz davor. Das werdet ihr auch schaffen. Ich starte mit zwei Browser, aber mir hängt das Internet an. Und dann kann ich ein Bildschirm wechseln. Oh ja, na klar. Um Ausreden nicht verlegen. Sei hoch. Kann man halt hier im Stream keinen Account haben. Ja. Ein bisschen glaube ich das auch. Obwohl das kann sein. Das kann doch sein. Also, ähm. Oh. Halt. Moment. Mach ich auch nochmal einmal Werbung. Ich komme euch ja entgegen. Dada 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 dada. 78. Oh, wir sehen können, wir sehen können. Ähm. Mocker. Gänzt. Q. World. Verschenken wir einmal. 83. All right. Es ist schaffbar, Jungs. Jungs, 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 Jungs. Es ist schaffbar. Alle Werbung, 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 Werbung. 77, 78. Äh, wie heißt der Bruder von Elvis Zwölves? What? Du bist mein scheiß Trainer. Ich bin schon wieder ganz schön weit weg. Ne, doch nicht. Geht. Ich bin schon mal jetzt da. Andrea ist die Logo. Oh, Baum. Sturzflug. Sturzflug auf dem Baum. Äh. Gehen alle, wenn die nicht gewonnen haben. Ja, das kann sein. Das kann sein. Dann ist das so. Wir machen auch nicht mehr so lang heute. Von daher schaffen wir das, ne? Scheiß, du drecklich. Wo ist der Trainer? Weiß ich nicht. Er, Laser. Was, was hast du von mir? Was machst du mir hier? Ich schluss mich an. Wo ist mein Trainer? Ach doch mal. Ich hab ja schon mal gesagt, das weiß ich nicht. Um mich zu pullern hier. Oh, kein Fahrerfreund. So. Ja, gerne. Gerne, Ganyboy. Also, ihr könnt natürlich gerne wieder reinschauen, ne? Ich weiß. Sind wahrscheinlich jetzt ein paar. Auf jeden Fall. Vielleicht ein paar mehr da. Ähm. Hauptsächlich, um was abzustauben. Aber ich hoffe, dass, ähm. Viele von euch äh. Wieder einschalten. Auf jeden Fall. Oh, der Hände liegt. Ne, das ist kein Holz. Das ist ein Busch. Noch ein Busch. Busch. Und alle Wachbarn dort, da kamen 97, na ja 97, das ist ja fast 100 QN. Das ist auf jeden Fall, das ist zu schaffen. 82. Der Trainer muss irgendwo im Abenteurer Viertel sein, sagt Chuck Lollade. Danke. Siehste, komm, er weiß das. Und du? Ich weiß das halt nicht. Newbie. Das ist ja auch Streamer und Picopo, weißt du? Und am Ende bleibt dir die Luft weg, ey. Mo, kennt der nicht. Was? Hat mich verstanden? Kann man mal ins Abenteuer bitte gehen. Ja. Und dann Finzenberg nicht und dann pullst du Schakow voll. Der war schuld, Schakow, hat sie gesagt. Den puller ich hier voll. Yeah. King Size und Lycosastream, herzlich willkommen. Dich kennen wir ja auch. Lycosastream ist ja noch gar nicht implementiert, oder hast du schon umgesetzt? Doch, habe ich schon. Und Neko hat das auch. Da, Busch. Schluss, Luke. Sind alle Geldgeil. Ja, das kann natürlich sein. Obwohl ich sehe hier einige. Mit wie viel Spielern? Im Moment vier. Also stabil vier. Es hat aber auch schon Sachen gegeben, wo wir hier mit 10, 15 Leuten am Start waren. Das Problem ist aber dann, es wird ja richtig instabil der Server. Und sobald einer disconnectet, stürzt der ganze Server ab. Und das ist nicht so gut. Aber er plant das sowieso zu implementieren. Dass er so, also so MMO-gleiche Strukturen. Ähnliche Strukturen. Im Sinne von, das könnte er sein. Im Sinne von 50 Leuten auf dem Server oder so. Mit verschiedenen Partys, Adventure-Groups. Das wird schon lustig. Auf jeden Fall wird das schon lustig. Ich kann's. Ja, hab doch gesagt, du Geist. Ich werde Reiten verlieren. Willst du doch nicht mehr rein? Das ist ein Gleiter. Du warst doch derjenige, der mir gerade rein ist. Das ist das Wichtigste und das Tollste. Waffenblock kritisieren, also verändern. Den Gleiter. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann im Moment nur Waffen. Jetzt bin ich richtig schnell, Alter. Ja, welches Level hast du jetzt, Gleiter? 9 oder 8. Wie bitte? Nur alle. Na ja, so viel schneller ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist schneller. Sieht aber nicht schneller aus. Das ist schneller. Es sieht aber nicht schneller aus. Aber es ist schneller. Guck mal, wenn ich jetzt nochmal laufe. Pass auf. Ich gucke es nicht. Guck. Nein, ich bin da. Guck. Guck mal. Guck mal. Ja, das stimmt. Das sind fast 300 Prozent, Alter. Aber nur ein bisschen. Ähm, wie kommt so spätestens ein Jahr? Ja, nur am Wochenende. Mein Bruder ist da. Q-Bord am Start. Haben wir halt Bock drauf, ne? King Size. Dein Nick kenne ich immer auch. Du hast doch schon mal hier reingeguckt, ne? Du warst doch schon mal hier bei. Schneller, was ich sag. Genau. Dann muss man wieder einen Baum entdecken. Außer Luftaufklärung hier. Nix da hier. Nix hier. Keine Bäume. Ich brauche Büsche. Wie viele habe ich denn schon? Wie viele habe ich denn schon genug haben? Haben wir die Eile oder die Lamp schon? Arrrr. Werden die Eile oder Lamp? Da, wusch. Stoffflug. Kommt nach. Dann ganz. Mache. Bühne.